Um zu verstehen, was passiert, wenn ein Interrupt auftritt, betrachten wir hier ein Beispiel, bei dem das Betriebssystem sowie ein Prozess A sich derzeit im Hauptspeicher befinden. Der Prozess A wird jetzt in diesem Moment gerade Befehl für Befehl auf der CPU ausgeführt. Wenn jetzt beispielsweise der Nutzer vor dem Rechner eine Taste drückt, tritt ein Interrupt auf. Die CPU wartet auf den richtigen Moment, wenn nämlich der aktuelle Befehl komplett abgearbeitet ist, aber der neue Befehl noch nicht geholt wurde, und an dieser Stelle wird der laufende Prozess A unterbrochen. Nun kommen die vier Bedingungen für eine präzise Unterbrechung ins Spiel. Es ist dabei deine Aufgabe, wenn du dieses Video siehst, zu prüfen, dass wirklich alle vier Bedingungen erfüllt sind. Als erstes sorgt das Steuerwerk für die Sicherung des aktuellen Werts aus dem Befehlszähler, und dazu kann man sich der Einfachheit halber eines anderen Registers bedienen, was auf der CPU speziell dafür vorgesehen sein könnte. Anhand der Interrupt-Nummer ermittelt das Steuerwerk nun die Startadresse der Interrupt-Behandlungsroutine. Diese Routine ist Teil des Betriebssystems, die betreffende Adresse wird in den Befehlszähler eingetragen. Jetzt beginnt wieder der normale Zyklus auf der CPU, aber diesmal werden die Befehle der Interrupt-Behandlungsroutine geholt und ausgeführt. Sobald die komplette Routine abgearbeitet ist, bestätigt das Steuerwerk dem Interrupt-Controller dies, und der ursprüngliche Befehlszähler wird wieder hergestellt, sodass der Prozess A an genau dieser Stelle weiterlaufen kann. Prozess A hat damit nicht einmal gemerkt, dass er durch den Interrupt unterbrochen wurde. zuEN Vielen Dank.